kann ich dir mal eben kurz was zeigen nur ganz schnell ich zeig dir mal wie man ein signal unsichtbar macht hokus pokus filibus 3 auf einmal unsichtbar machen 1 2 3 hokus pokus verschwindibus wie kriegt man jetzt alle wieder man holt sich die modelliste man sucht unter den signalen nach allen die unsichtbar sind wenn sie alle vier aus macht sie wieder sichtbar hokus pokus das ist bestandteil einer vernünftigen software ja so